Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Transport Fever. So, gestern haben wir ja hier unser Bahnhof weggerissen und wollen ja heute neu bauen. Komplett. So, wir haben hier zwei ausstehende Gleise. Das sind hier. Das wären jetzt noch die Gleise. Das und das. Das wären die Gleise. Ist ja doch gar nicht so schwer wie ich dachte. Und das wären die Gleise. So, hier müssen wir bloß sowas reinbauen. Jetzt brauchen wir noch ein paar Signale. Jetzt rücken wir hier. 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 Hier und hier. Aktuell, damit wir erstmal den Fahrbetrieb so aufhalten können, müssen wir noch ganz hinsetzen. Kommt das weg? Kommt ein Stück hier hin. So, ja. Andere Richtung. Wo ist das eigentlich hoch? Aber ich glaube, das sind viel zu viele Signale, die ich hier hinsetze. Und dieses Streckstück wird irgendwann mal viel benutzt? Naja, ist ja egal. Okay. Die Zwischstätte werden oder keine richtige Verbindung haben, fällt mir gerade so ein. Oder will ich hier bis durchfahren? Weil ich sagte ja, von hier nach hier nach dort, von hier keine Verbindung. Na, vielleicht tun wir dann noch das Gleise benutzen irgendwann. Und von hier noch drauf. Irgendwann später. Ich habe meinen Stoppuhr nicht gestartet. Jetzt ja. Okay, jetzt muss man mal kurz sehen. Genau, die Ninien gingen genauso, wie ich es wollte. So ist doch fein. Dann starten wir das jetzt mal. Wenden jetzt so ein paar Züge. Du fährst richtig. Du fährst richtig. 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 Auch richtig. Falsch. Falsch. Wie sieht sie unten aus? Richtig. richtig richtig falsch ok die passt doch mal kurz sagen das erste zug und der fährt auch bis durch der möchte ja nicht anhalten das nervt mich hier oben besser was ich jetzt noch checks verstehe es einfach nicht ach guck mal auf dem schiff hat es ja jemand joh 6 leute färder 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 fast k-minus hat noch k-pluss gemacht ich habe ja noch die züge drauf ganz vergessen ich nehme ja mittlerweile 88 leute geht das schnell hier mit den leuten das läuft ja gar nicht ok wir machen das mit den linien jetzt noch nicht das machen wir später wir haben uns gerade viel zu viel dafür ausgegeben wir müssen jetzt mal gucken fehlt denn hier diese güterlinie aus eigentlich warum produktion 0 verstehe ich jetzt nicht so ganz bedarf potenzial 98 bräuchte ich und stehe ich den stahl her mit der schlacke weil der hat keinen abnehmer für stahl das ist die bräuchte ich nur noch abnehmer für stahl er braucht einen stahl hier war auch stahl hier war auch stahl ich verstehe ich verstehe das system noch nicht so ganz so wird mal er bedarf das produziert das also wenn ich ihm das produziert hat zweimal stahl und einmal schlacke so ok der hinten bräuchte jetzt einmal stahl zweimal bretter um das zu produzieren genau oder braucht noch irgendwas sicher um das zu laufen lassen muss ich also stahl benutzen wenn ich das jetzt aber wieder am laufen will brauche ich die bretter und von hier könnte ich aber den zug nochmal fahren also machen wir das mal sonst fahren wir ja total im minus so das hier dann noch eine straße so das hier dann noch eine straße dann brauchen wir das hier oben so dann bräuchte man theoretisch noch einen bahnhof so so genau oh ich hab was neues bekommen eine stadtbahn aber wir könnten bald mal straßenbahn bauen stimmt so 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 aber aber so 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 macht er das ohne zu spekulieren tatsächlich das finde ich aber wirklich mal höchst interessant schön ok jetzt bauen wir das hier und das dann setzen wir die straße oder irgendwie rein so und so ok dann müssen wir mal nach signalen schauen würde ich hier welche hinsetzen hier nochmal eins da haben wir eins da haben wir eins ok so dann läuft es hier dann müssen wir nur noch hier rüber müssen wir nur noch da rüber so so machen wir das weg leise ich muss ja irgendwann die Warnung mal wegkriegen vielleicht jetzt bei eins zu bauen ist nicht möglich oder was so so und dann das weg muss jetzt sagen hier nochmal raus boah ist das schön ich glaube ich kann loszubauen hier die ganze zeit nicht mehr anders wenn noch schöne kreuzungsweiche dazu geht halt nicht weil steigung zu groß ist das ähnlich was ich nicht so ganz verstehe das ähnlich was ich nicht so ganz verstehe die heißt holz 1 ne heißt sie nicht ne auch ne jetzt heißt sie holz 1 so auf diese linie kommen ein paar straßenfahrzeuge 1 2 3 4 5 6 stück kommen auf holz 1 und dann eine neue linie geht von hier über hier nach hier so ich würde hier bloß eine kleine änderung durchführen und zwar diese hier so ich sehe jetzt schon dass das ja eigentlich irgendwann mal rotz wird die Züge werden ja immer länger so und so gefällt mir das schön besser mal kurz vor dem Signal genau so genau so genau so genau so wunderschön wunderschön okay da müssen wir uns noch mal gucken was wollen wir denn dazu wagen auf jeden Fall werde ich diese Lok wieder nehmen sag mal in schwarz und dann brauchen wir einen wagen wir wollen holz und stahl transportieren ne starten wir brauchen genau die wagen 1 sehr gut sehr gut ich möchte die eh in genau in weiß ne braun möchte ich die haben eins zwei drei vier fünf sechs drei drei vier 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 phin vier fünf adequately vier drei vier vielleicht fünf vier fünf fangen will wir haben ja vor uns gesehen wie viele millionen es gekostet hat also reich ich auch nicht mehr war ich überhaupt nichts erreicht 1,9 3 millionen ganz ehrlich ich kann doch hier noch mal halten haha ich bin schlau so erstellen wir hier noch eine neue linie so Linie 1 wird nachs Umwindeln in Stahl und Wals und noch eine neue Linie von hier da dorthin mit dem Namen Maschinen Kubier Kubier so da brauchen wir noch ein paar Fahrzeuge drauf 1,2,3,4,5 gehen auf Maschinen Kubier so und damit sollte der teure Spaß jetzt funktionieren hoffe ich mal so habe ich die Lok anscheinend doch grün gekauft na gut passiert da sieht ganz schön mickrig aus der Zug da sieht ganz schön mickrig aus der Zug kann nur bis 24 transportieren ja das wird irgendwann besser mal sehen ob das sehen ob wir überhaupt zu viele Leute mitnehmen so wie Zeug wo ich denke ja den Zug folgen wir mal aber das machen wir in der nächsten Folge bis denn tschüss bis bis Vielen Dank.